Am 14.05.2024 um 18.35 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einem Auffahrunfall zum Berchter von Suttnerplatz alarmiert, bei dem ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.